So, als Filmemacher habe ich hier so eine Idee. Ich fange nochmal an. Als Filmemacher habe ich so eine Idee. Bei YouTube gibt es Krimis, bei YouTube gibt es eine Menge, nur bei Instagram. Da gibt es keine Krimis. So ein 60 Sekunden Krimi, das wäre doch mal was. Irgendwie so in Szene gesetzt. Ja, als Filmemacher hat man so eine Idee. Was könnte man berichten? Man könnte berichten über die Zwänge, die Gebührenzwänge hier in Deutschland. Da sind so viele Gebühren, die unter Zwang erbracht werden müssen, obwohl man gar nichts gemacht hat. Zum Beispiel wäre so eine tolle Geschichte, so eine Amtsgeschichte, wo man plötzlich Gebühren zahlen muss. Wie zum Beispiel IHK. Man muss IHK bezahlen, obwohl man gar nichts bekommt von der IHK. Die horten da ihr Geld. Unser eins als Geschäftsführung oder als muss blechen, ohne irgendwie dafür was zu bekommen. Das wäre doch mal so eine Idee, so ein Instagram-Krimi, den ich jetzt hier bei YouTube vorgestellt habe und jetzt hier auch bei Instagram. Und jetzt geht es fröhlich weiter, während ich jetzt hier bestätige. Man könnte so ein Instagram-Video machen oder Krimi, so wie Witchlist. Witchlist wurde in Wuppertal gemacht. Hat geschafft, hat schon zwei Staffeln und ich muss einhängen, weil ich Schaure Kutsch auf. Ich komme. Morgen. Morgen.